wir machen einmal weiter mit unserer modernen sharepoint site und werden als nächstes wieder ein abschnitt hinzufügen dieses mal werden wir allerdings zwei verschiedene nehmen denn es geht einmal um die events innerhalb dieser webparts findet ihr ein wenig weiter unten den punkt ereignisse und den wählen wir jetzt einmal aus speichern das ganze schon mal gleich ab ich werde noch mal parallel hier ebenfalls die ereignisse hinterlegen damit wir dann gleich auch noch mal einen vergleich haben und nun als nächstes werden wir einmal gemeinsam ein ereignis erstellen und zwar werden wir das einmal terminieren auf den nehmen wir mal 9 oktober 17 bis 18 uhr das passt soweit ort tragen wir jetzt nicht ein wir können das hier natürlich noch mal ein bisschen spezifizieren hier werden wir mal ein jahrestag draus machen was wir hier eintragen ist eigentlich relativ egal wir möchten uns ja gleich einmal das ergebnis ansehen ein text gibt es auch und hier oben in dem bereich werden wir jetzt auch noch mal ein bild hinterlegen das laden wir hoch speichern das ganze ab und müssen wir natürlich noch mal ein text definieren das ist der kickoff jetzt können wir das ganze abspeichern und wir haben unser erstes event erstellt wenn wir nun einmal zurückspringen sehen wir das event noch nicht es dauert bis zu fünf minuten bis das ganze hier auftaucht ich werde jetzt noch mal zwei drei weitere events einberufen damit wir gleich auch noch eine schöne übersicht haben über die verschiedenen events und uns auch die unterschiede zwischen diesen beiden versionen einmal anschauen können die events sind nun erstellt und wir können uns einmal anschauen was wir hier für möglichkeiten haben die anzupassen der unterschied zwischen diesen beiden ist natürlich einmal das format an sich hier haben wir die schöne große übersicht wenn wir das groß und mächtig haben möchten hier haben wir das noch mal seitlich wir können das natürlich auch in die mitte oder nach rechts packen etwas dezenter wo wir auch noch mal andere informationen daneben platzieren können wofür ihr euch entscheidet ist vollkommen egal beide systeme funktionieren auf dieselbe art und weise nun gehen wir einmal her und bearbeiten die dafür nehmen wir uns einmal diesen webpart bearbeiten ihn und hier haben wir auch schon die möglichkeit wo wir den style dieser beiden webparts definieren können einmal filmstreifen den sehen wir hier oben und dann auch einmal hier unten die kompakte variante wichtig ist hier oben einmal den bereich quellen dort können wir zum beispiel events events von jeder seite im hub definieren wir können nur diese seite nehmen wir können auch eine bestimmte sammlung definieren oder wir können auch bestimmte sites auswählen dann wird nur von diesen sites der event kalender abgegriffen wofür ihr euch entscheidet ist letztlich egal ich möchte jetzt bei uns im intranet alles das was mit dem hub verbunden ist auch gleichzeitig hier angezeigt haben deswegen nehme ich mir hier den bereich alle sites im hub das ganze können wir auch mit einem filter definieren würde ich aber eher von abraten wenn ihr den filter nutzen wollt müsst ihr euch da ein wenig ausprobieren denn eventuell könnte es dann dort zu problemen führen als nächstes haben wir hier den datumsbereich und hier können wir auch noch mal definieren wie alt die events sein dürfen die hier angezeigt werden wir haben keine zeitangabe diese woche nächsten zwei wochen monat quartal oder wir können auch selbst einen datumsbereich definieren also dann habt ihr auch noch mal die möglichkeit zu sagen liebe kolleginnen und kollegen das sind jetzt die termine für das nächste quartal oder für diesen monat auch eine sehr schöne geschichte je nachdem wie viele events ihr habt den part layout haben wir uns schon angeguckt hier unten haben wir dann auch noch mal die möglichkeit einzugeben wie viele events hier maximal angezeigt werden sollen 20 in diesen großen widgets ist wahrscheinlich viel zu viel deswegen werde ich einmal auf wir haben hier die möglichkeit vier in einer reihe zu haben sagen wir maximal zwei rein wären wir bei acht zielgruppenadressierung werden wir uns später auch noch mal angucken das was ich jetzt hier vermisse ist eine funktion die zwar schon vor ein paar monaten angekündigt wurde teilweise auch zur verfügung stand hin und wieder mal auf ploppt jetzt ist sie hier nicht ich habe sie glücklicherweise auf einem anderen tenant deswegen kann ich sie euch zeigen da solltet ihr eigentlich die möglichkeit haben bilder zu aktivieren denn ich habe hier für die entsprechenden events bilder hinterlegt so ungefähr sollte das ganze dann aussehen wenn ihr das zur verfügung habt und aktiviert viel schöner und hübscher wie ich finde wir haben hier links einmal die große kachel das sind diese kacheln die wir hier oben in der reihe haben und hier die kleine kachel das sind natürlich hier diese klein so sollte es im optimalfall aussehen aber da gibt es in den letzten monaten immer wieder probleme und aktuell ist es so auf einigen tendenz steht schon zur verfügung auf anderen nicht ich würde mir wünschen dass es jetzt wirklich einheitlich und vernünftig für alle tendenz funktioniert von daher werft immer mal wieder ein blick in diesen event bereich wenn ihr diese funktion aktuell noch nicht zur verfügung habt noch nicht konsequent nutzt solltet ihr hier auf jeden fall regelmäßig reinschauen jetzt schauen wir nochmal einmal kurz hier unten in diesem bereich dieser ist genauso aufgebaut allerdings haben wir jetzt hier die kompakte variante aktiviert in der kompakten variante verändert sich nicht wirklich viel wie wir sehen dann ändert sich nur dieser kleine hinweis ansonsten sind die einstellungsmöglichkeiten eins zu eins gleich und identisch nun wenn wir das ganze einmal veröffentlichen aber vorher werde ich nochmal diesen web part löschen wir veröffentlichen das und haben nun unseren web part fertig was wir noch machen könnten hier oben über ereignis hinzufügen könnten wir noch eine überschrift setzen um das ganze noch mal ein bisschen treffender zu beschreiben aber so die kleinen anpassungen und kleinen feinheiten werden wir auch am ende noch mal durchführen wenn die seite fertig ist und es dann wirklich um diese kleinen nuancen geht um noch das ein oder andere schöner besser und übersichtlicher darzustellen soweit für die web parts ich hoffe ihr konntet wieder das ein oder andere mitnehmen bis zum nächsten Mal